Sehr geehrte Frau Klöckner, mein Name ist Horst Kummet, ich bin Schauspieler und ich muss heute über Tiere sprechen. Ganz speziell über Schweine, arme Schweine. In Deutschland ist der sogenannte Kastenstand erlaubt. Das wissen Sie, das ist ein enger Käfig, in dem Muttersauen ein trauriges Dasein fristen. Sie müssen dort ihre Ferkel bekommen und diese Ferkel auch säugen. Eingesperrt, eingepfercht. Ein unwürdiges Leben. Sehr geehrte Frau Klöckner, Sie sind in einer Position, in der man das ändern kann, in dem man Folter für Tiere beenden kann. Ihre Partei ist die CDU. Das C steht für christlich. Ich bin auch Christ. Aber gehört es auch nicht zur Christlichkeit, Mitleid und Erbarmen zu haben für die andere Kreatur? Denken Sie über Schweine nach. Stellen Sie sich vor, wie es ist, seine Kinder kriegen zu müssen in einem Käfig und jeden Tag gefoltert zu werden. Ich bitte Sie, Frau Klöckner, beenden Sie dieses unendliche, unsagbare Leid.